Hallo und herzlich willkommen mein Name ist Sirius. Jetzt bin ich dabei mir noch mal einen Hund zu schnappen und dem mit auf die 22. Let's Play Reise von Skyrim Daungard zu nehmen. Ich wünsche euch wie immer ganz einfach viel Spaß beim Video. So, ich nehme jetzt hier mal Bran mit, weil der einfach einen einfachen Namen hat. Den kann ich sicherlich besser aussprechen. Oh hier sind Kisten, da könnte ich auch Sachen deponieren sehe ich gerade. Wollen wir das mal machen? Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, ob ich mir hier eine Rüstung von der Dämmerwacht zulegen soll, ob sich das besser machen würde zum Spiel und so. Und ich glaube, das werde ich ganz einfach heute mal machen. Ja, ist ja gut, ich will gar nichts. Das werde ich glaube ich heute mal machen, bevor ich mich auf die Reise mache. Wollen wir eben mein Zeug hier drüben in die Kiste packen? Das habe ich ja beim letzten Mal hingeworfen. So, angekommen. Auch der Zaubertrank der Stärkung hat mich jetzt nicht hier irgendwie schneller laufen lassen, leider. Aber jetzt packen wir hier mal ein bisschen Zeugs rein und hoffen wir, dass das im Lauf der Zeit hier ganz einfach nicht verschwinden wird. Brauche ich eigentlich nicht. Das benutze ich ja. Die Eisenpfeile, komm, die tun wir auch mal weg. Elfenbogen brauche ich auch nicht. Den Dolch benutze ich auch nicht. Den benutze ich eigentlich auch nicht. Und Furcht zu skillen, also Furcht zu entzaubern, um damit was zu verzaubern. Ich finde das eigentlich eine blöde Fähigkeit, bin mir nicht ganz so sicher. Aber wenn ich in einem Kampf bin und derjenige ist dann geschlagen und läuft dann noch weg, der Gegner, und ich muss dem hinterherlaufen, das ist doch irgendwie... Naja, sag ich jetzt mal. Ist das hier ein Bythänder? Gewicht 15? Wahrscheinlich, oder? Jagdbogen kommt auf jeden Fall weg. Kommt auch weg mit Schaden 15. Ich habe ja noch, habe ich noch den Bogen dabei? Den 25er Bogen, ja. Mit wenigen Pfeilen. Den Schallkomm, den nehme ich natürlich mit. Brauche ich nicht. Ich habe ja den Streitkolben, der macht genau das gleiche. So, kommt das auch weg. Das Silberschwert... Eventuell könnte ich das lassen und skillen. Obwohl, nee, das ist auch zu schwach. Das ist alles zu schwach, meine Freunde. Das würde vielleicht noch gehen. Das lasse ich mal dabei. Zur Not werfe ich es halt später weg. Hauptsächlich ging es mir jetzt hier drum, diese schweren Klamotten von der Dämmerwacht loszuwerden. Ich weiß nicht, Stiefel und Handschuhe sind wahrscheinlich das gleiche. Ist aber auch egal. Kann ich auch neu kaufen. Die königliche Vampirrüstung, die lasse ich jetzt auch mal hier. Und jetzt lege ich halt mal hier meine Nachtigallklamotten an. Und ich hoffe mal, das ist das Richtige, was ich hier mache. Das hat hier einen Rüstungswert von 94. Ich lege es mal in die Kiste, wenn wir es hinterher wieder anziehen wollen. Oder wenn er schreit, nein, was machst du denn? Das war so super, was ich jetzt nicht glaube. Dann kann ich das ja auch einfach hier wiederholen. So, schwere Dämmerwachtrüstung wollte ich ja nicht tragen. Ich habe ja ein bisschen auf leichte Rüstung geskillt und deshalb mache ich das. Ich könnte hier auch noch so ein paar dämliche Zaubertränke links liegen lassen, die ich sowieso nicht benutze. Oder ein paar Bücher. Haben wir noch irgendwelche Bücher, die wir hier lassen wollen? Andi, die werbe ich wieder in mein Haus in Weißlauf. Da liegen schon 2 Millionen Bücher, da kommt es irgendwie cooler. So, lass mich mal vorbei, Hund. Zack. So, zuerst will der Ork nicht mit mir quatschen, dann erzählt er eine Stunde eine Geschichte, interessiert mich jetzt mal nicht. Wir gehen jetzt mal rüber und kaufen uns mal eine Rüstung. Ich glaube, hatte Gun mal die Rüstung? Ah, guck mal hier. Das ist auch eine sehr, sehr geile Option. Ich möchte einen gepanzerten Troll kaufen für 500 Goldstücke. Was mache ich dann? Ich habe ja jetzt schon den Hund dabei. Ich kaufe mal einen Troll einfach. Oh, wir können einen Troll mitnehmen. Wollen wir das machen? Ja, das machen wir jetzt mal. Pass auf. Okay, Bran, das war jetzt sehr nett, dass du mit dabei warst, aber du darfst wieder rüberlaufen zu deinem Kumpel, dann ist der auch nicht so alleine im Zwinger. Okay, see you later. Cool, kommt hier jetzt von der... Ah, guck mal da. Ich pack's nicht, ey. Ich weiß, ich weiß, die Vampire haben Gargoyles, aber ich habe hier meinen eigenen Troll. Der hört sich ein bisschen an wie ich nach dem 10. Wodka Red Bull. So, wo gab's leichte Rüstung? Oh, kein Problem, ich habe ja schon alles weggekauft. Ah, ne, der habe ich schon alles abgekauft. Dann hatte... Gunmar die Klamotten, glaube ich. So, nicht weglaufen. Oh, Waffen. Eisenkriegs-Axt der Schwächung 23,834. Einen Hammer habe ich ja eigentlich schon. Hm, 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 hm. Hm, hm. Warum steht nicht auf einmal hier mal irgendwie so 99 oder so? Dann würde ich das kaufen. So, Dämmerwacht-Rüstung. Hat hier einen Wert von 82. Wo stand das denn mit dem, ähm... Das Schild sieht ja auch cool aus, aber ich habe wirklich nie mit Schild gespielt. Das Ganze, ich vielleicht mal die ersten 5 Minuten im Spiel oder die erste Stunde so, aber an und für sich habe ich nie das Schild benutzt. Ich weiß nicht, wie geht's euch da? Habt ihr das schon mal gemacht? Ich finde den, äh, den Helm hier finde ich eigentlich cool, ne? Den finde ich also wesentlich cooler als wie hier, äh... Der, der sieht ja kacke aus. Also ich finde immer so cool, wenn das Gesicht nicht zu sehen ist. Den kaufe ich. Stiefel, bin auch scheiße aus. Schild kaufe ich nicht. So, welche Farbe hättet ihr gerne? Rot? Ah, rot sieht auch behindert aus, oder? Das ist so ein Blau. Ich nehme mal hier dieses Bräunliche. Handschuh brauchen wir noch. Ja. Und ich würde sagen, das war's dann hier. Lederarmschienen, gehören die mit dazu? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Orkische Stiefel der Feuerunterdrückung. Was gab's hier noch? Hm, hm. Ich meine, okay, die sieht jetzt eigentlich cooler aus, so mit Metall beschlagen, aber wie gesagt, ich spiele ja leichte Rüstung. So, was gab's hier sonst noch? Ähm, was brauche ich denn, um die zu skillen? Moment. Äh, um sie zu leveln. Lassen wir mich mal eben da dran. Nein. So, den schubsen wir hier weg. Und dann können wir den auch benutzen. Uh! Oh, ich hab da nix an. Das ist ja auch peinlich. Er fordert Stahlballen. Stahlballen, Stahlballen. Okay. Also gehen wir mal eben Stahlballen kaufen. Ich glaub, er hat da auch Stahlballen dabei, oder? So, er damit. Eins, zwei. Zack. Oh, der Troll ist so cool, oder? Direkt aus Gears of War zu Skyrim rübergesprungen. Ich zieh jetzt schon mal eben meine Klamotten an. Sieht ja voll kacke aus, wenn ich da in dieser Windel stehe, an dem Schmiededing und das mache. So. Zack, zack, zack. Zack. Der Helm erinnert mich so ein bisschen an Isaac aus Dead Space. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen schmieden, Runde. Ja. Ja. Das natürlich auch, ja. Und, ja. Dankeschön. Zack. Nicht schlecht, Herr Specht. Also, darf ich mal eben hier hin? Kannst hier mal rutschen, das wäre ganz gut für mich. Was haben wir denn noch zum Entzaubern? Äh, glaube ich, nix. Gegenstand. Warte mal, wir können Verzaubern. Können wir uns jetzt mal eben angucken. Ausdauerschaden, Blitzschaden, Feuerschaden, Frostschaden, Furcht, Seelenfalle, bla bla bla. Also, ich finde, ich habe jede Menge schon entzaubert. Wir könnten jetzt entweder, meines Erachtens, auf Feuerschaden skillen. Weil ich spiele ja ganz gerne mit den Flammen rum, habt ihr schon gesehen. Ich finde, das ist irgendwie so, ja, einfach optisch das Coolste. Ich weiß, die Blitze sind teilweise stärker, aber Flammen, finde ich, rockt so richtig cool durch. So, dann könnten wir noch Magiker verstärken. Oder Regeneration verstärken. Zerstörungstauber verbrauchen 5% weniger Magiker. Und Magiker regenerieren sich. Verbrauchen 8% weniger. Mann, das ist alles so irgendwie, so, naja. Wollen wir mal gucken, was hier überhaupt zu Verzaubern geht. Also, wir wählen als erstes mal aus die Handschuhe. Auswählen. Zaubern. Da machen wir Magiker verstärken. Seelenstein. Das ist alles, glaube ich, hier mit mächtiger Seele voll, wenn mich nicht alles täuscht. Wie viel habe ich davon? Sieben Stück? Können wir jetzt nicht meckern, oder? Zack. So, nächstes. Die Rüstung. Verzaubern. So, was machen wir da? Regeneration. Beschwörung verstärken. Aber Beschwörungsverstärken wäre natürlich auch toll. Das benutzt ihr auch oft. Aber ich glaube, ich nehme allgemein hier einfach Magiker oder Zerstörung verstärken. Zerstörung und Magiker. So ein Mix. So, jetzt könnte man sicherlich stundenlang irgendwelche Werte zusammenrechnen und sagen, oh, das wäre ganz toll und so. Ich mache das jetzt einfach mal hier so aus dem Bauch raus. Ich mache überall, dass die Magiker sich schneller regeneriert, dass sie einfach mehr zum Einsatz habe, oder? Oh. Zack. So, den Rest mache ich jetzt mal ein bisschen schneller hier. Zack. Zack. Ach, Schuh kann man nur auf Resistenz skillen. Das ist ja für den Arsch. Schleichen verstärken, Diebstahl verstärken, das sehe ich alles nicht. Ich mache mal Feuerresistenz. Spielen die viel mit Feuer? Ich weiß es gar nicht. So, was hatten wir noch? Den Helm. Ah, ne, der Helm war ja verzaubert, ne? Aber wir könnten hier noch so eine schöne Halskette verzaubern, die ich mir dann umhängen werde. Ganz einfach vielleicht auch hier mit irgendwas, mit mehr Schaden Magiker verstärken. Zerstörung verstärken. Ich mache allgemein Magiker, oder? Dann ist das für alles wirksam und, ähm, ja, so ein Allrounder halt. Gut, dann wollen wir noch ein Schwert verzaubern, wo wir gerade hier sind. Seelenfalle brauche ich nicht. Blitzschaden, Ausdauerschaden. Ausdauerschaden finde ich auch so schwul. Wer will denn bitte schön mit Ausdauerschaden kämpfen? Wahrscheinlich ist das jetzt was ganz Tolles, wo ich jetzt wieder furchtbar viel Kritik ernten werde. Wie toll das doch ist und dass ich das unbedingt benutzen soll. Ich mache das aber jetzt nicht. Ist ja heute generell eh, äh, wieder so ein Video abseits vom echten Let's Play, merke ich gerade. Achso, ja, hier, volle, volle Hucke soll das hier machen. Also eigentlich beides das gleiche, oder? Ist das irgendwie ein Unterschied? Mächtiger Seelenstein, schwarzer Seelenstein. Hä? Hab ich doch, oder? Gegenstand. Schwert. Verzaubern. Feuerschaden. Seelenstein. Schwarzer Seelenstein. Zack. Dankeschön. Was mich jetzt so ein bisschen wundert, wo ist denn mein Stern? Hab ich den irgendwo abgelegt? Mein Seelenstern? Scheint so. Shit. Okay, liebe Skyrim-Freunde. Ich mache mich jetzt mal mit dem gepanzerten Troll auf den Weg nach draußen und dann gucken wir mal noch in den letzten Minuten, was das Trollvieh hier so hält. Dann habt ihr wenigstens noch ein bisschen Action gesehen und nicht nur, ähm, ja, geguckt, wie die Story weitergeht, wie ich hier ein bisschen Bekleidungsskille und so weiter und so fort. Der Typ liest hier mal im Nix. Da verkneife ich mir jetzt auch mal jeden Kommentar zu. Moment, wo geht's raus? Hier geht's raus. Was ne Party. Vampir Lady und Troll dabei. So, jetzt wäre es natürlich mega cool, wenn wir sofort irgendwie auf einen blöden Gegner treffen würden, dem wir mal die Hucke vollhauen können, oder? Oder einen Drachen oder irgendwie sowas. Gucken, was die sagt, wenn ich so einen Troll dabei habe. Aber die kennt das ja wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die Vampiren so dumm genug sind, uns hier zu attacken. Ja, haben sie ja schon mal gemacht, aber da stand ja der Holzzaun noch nicht da. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich jetzt hier oben gespawnt bin und nicht, ähm, weiter unten. Was gibt's eigentlich hier noch so zu tun? Lohnt sich das, mit den Leuten zu reden? Ich glaube jetzt mal nicht. Wir werfen jetzt mal noch gemeinsam einen Blick auf die Karte, beziehungsweise wir wollen ja gucken, wo sich dieser Typ versteckt, den wir suchen müssen. Und zwar dieser weitere Helfer, Florentius, Florentius. Mal gucken, wo der ist. Aktive Quest auswählen, auf Karte anzeigen. Da irgendwo? Oder wie jetzt? Bei Schorstein in der Nähe? Habe ich das richtig gesehen? Ich gehe nochmal zurück. Auf Karte anzeigen. Aha, da wird das jetzt angezeigt. Okay, dann mache ich mich mal hier auf. Wo soll ich hin? Reisen? Fest und Grünwahl? Ist beides gleich nah, oder? Egal. Hallo, mein Name ist der Troll. Ich bin hier heute mit dem Sirius unterwegs. Und dass ich ein Troll bin, stört hier offensichtlich auch keinen. Ich habe jetzt gedacht, der Wächter würde irgendwie mal auf den gepanzerten Troll reagieren. Nö, der erzählt denselben Unsinn wie immer. Dann wollen wir uns mal anschauen im nächsten Video, wie der Troll so zum Einsatz kommt. Und bis dahin sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!